Der siebenteilige Injektorstecknusssatz umfasst alle gängigen Größen von 25 bis 30 mm bzw. für die ohne Sechskant im oberen Bereich, dass ich halt direkt auf meinen Injektor gehen kann, dann als 46 x 30 bzw. 46 x 27 mm. Des Weiteren, die Stecknüsse sind alle offen für den jeweiligen Anschluss am Injektor, dass der auch Platz hat und ich habe halb Zoll Antrieb bzw. bei den großen Stecknüssen hier unten dreiviertel Zoll Antrieb. Alles wird in einem robusten Koffer geliefert.